Wo fang ihr denn bald aus? Wer fährt weiter? Hey, ist der der Besuch? Nur mal schnell es ab. Es ist vor zu spät. Was ist spät? Hast du es? Ja. Der hat da nicht immer ein Schild. Doch. Der hat ihn draufgehalten. Überlegend. Ist der jetzt vorbei da drin oder was? Das war sie jetzt, ne? Ich finde sie auf BMW aus, dass sie gesehen sind. Jetzt muss ich hinfahren. Ja. Das geht jetzt nicht. Der Treppe kommt gut rein. Ja, aber ich habe hier auf. Da gibt es mich, wie das Auto drüber aussieht. Jetzt. Aha, der konnte ja. Das hält sich im Bein immer klar. Ja. Der kiftet ja nicht. Da kann man ja nicht drunter fahren. Da geht's nochmal an. Oh nein. Oh nein. Oh nein.